Moin Leute! Wahrscheinlich zur letzten Folge. Warte, guck mal. Ja, zur letzten Folge, egal, Rocket League. Jetzt geht's los. Und ja, ich sag die letzte Folge, weil... Ich sagte ja, wir machen nur noch 3 vs. 3 Arena durch. Können wir auch eine Zusatzfolge machen, wenn ihr wollt. Das war's aber jetzt mit Rocket League. Gucken, was als nächstes kommen wird. Gucken, was nachher so kommt. Und ja, legen wir jetzt los. Und mein Controller ist übrigens fast zu leer. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Ja! 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 Das war's für heute. Danke für den Bußklau, ne? Du bist so bescheuert. 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 was man haben kann man weiß ja danke dass du mich immer raumst mann dankeschön Nein. 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 das spiel geht so halte den berg von tor nicht halte den ball zu nah wie es geht unser tor dann seid ihr so dämlich das wird safe bronzer 3 aber ich habe auch gefühlt nur scheiße im ziel ich hasse wo man schmeckt ja jetzt macht doch endlich ja 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 5, 4, 3, 2, 1 Hö? Das ist so. So Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, der letzte Part gefallen hat, dann lässt keine Bewertung da. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und tschüss.